Der Bus ist endlich fertig, sogar unerwartet pünktlich. Das Öl, die Schrauben und die Bezüge sind gewechselt, festgezogen, sogar gebügelt. Unsere Reise kann beginnen, wohin es uns auch treibt. Der Weg ist jetzt ein anderer, das Ziel erst dann in Sicht, wenn dort die Sonne scheint. Der Weg. Und wir haben gerade die Österreichische Känze passiert. Nach langer, langer Bein. So, den Brenner haben wir geschafft. Es kommen nicht mehr so viele Straßenräume raus. Jetzt geht's bergab nach Italien. Listen to what I say. If we only do the right thing, everything will be okay. Get to you, just hold your focus. And please don't go astray. Tell them, send no foundation. Oh, der geht es! Busfahrer, 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 ein Hör auf unserem Busfahrer. Busfahrer, hey! Hey, was ist jetzt nochmal genau passiert? Die Schraube ist abgebrochen, aber darum geht's nicht. Ich kann jetzt endlos nachstellen, nachstellen, nachstellen. 500 Kilometer mit dem Scheißmann. Reise parken. Weißt du sie was, der Bräume hat auch keine. Maximum Reise parken. Minimum this Reise parken. Okay. Weißt du was sie machen, ich bohre mal da ein Loch rein und hänge es mal ein. Das ist wahrscheinlich fünf Bier später als vorher. Also, mindestens ein Wein und ein paar Bier. Vino, aber weißt du was, die wollen uns kein Prosciutto verkaufen. Also, wir sind wieder mal dabei, dass wir darauf warten, dass das Auto repariert wird. Da fährt die Polizei. Und da ist unser Bus und der wird repariert gerade. Von unseren Reparateuren. Ja, und wir kriegen kein Wein mehr. Weil der Wein weggeschlossen wird. Für Deutsche. Das ist auch sinnvoll. Wir tragen das nicht so gut. Wenn man keine Schuhe anhat, mögen die nicht. Ne, ist uncool. Kein Prosciutto. Ich hab Schuhe, ne? Ich hab Schuhe, weil ich wollte Prosciutto kaufen. Aber wie gesagt, auch für Deutsche. Kein Prosciutto. Du machst das Lechtisch an mir und man sieht es leider nicht. Da war ein Kommentar von dem Nox. Scheiß Frauen. Urlaub. Scheiß Frauen. Urlaub. Scheiß Frauen. Scheiß Frauen. Guten Morgen Leute, wir müssen uns zahlen, was war eigentlich da? I don't see it, I don't talk, sag ich nur. Sehr gut. Guten Morgen, einen wunderschönen Guten Morgen, guten Morgen, einen wunderschönen Guten Morgen. Mein Gesicht sieht aus wie das Gesicht von einer toten Fledermaus in meinem Magen. Nur die übelsten Kram krabbeln, oh scheiße, jetzt ist er noch der Kaffee, allen Guten Morgen. Einen wunderschönen Guten Morgen, guten Morgen, einen wunderschönen Guten Morgen. Ich schlach die Zeitung auf, Kriege, Volker, Unger, Tod und anderer Terror zu auf. Wetter Karte, heute ist es schön, obwohl es schneit, das neue Bullenhochhaus wird heute eingefallen. Guten Morgen, einen wunderschönen Guten Morgen. Guten Morgen, einen wunderschönen. Dieser Morgen hat mich wieder nicht begrüßt, es ist alles so, wie es immer ist. Es ist wie ein Lotto, schwer die Richtigen zu treffen. Der Himmel überschlägt sich und die Sonne ist besoffen. Grau ist die Farbe deiner blauen Augen. Schwarz ist unsere Hoffnung, an der wir so oft saugen. Grün ist deine Ampel, ey, jetzt könntest du doch fahren. Ah, wahrscheinlich ist der Herzenfang, die Chance ist vertan. können wir noch nicht drehen. Untertitelung des ZDF, 2020